Du meinst zu krill Boah Wohl denn Auf Was machst du denn? Hast du den Koch verkauft? Hallo meine Fans, ich begrüße Sie heute bei meiner Kochshow Es gibt heute Aerobroon, auch genannt Pfannenkoon Jetzt geht's ab Ah, ah, weg das Ding Dann muss Mama rühren, nicht das Ding weg Na irgendwie, ich muss schnell einhauen, Geld Ich mach dich nicht Ich mach dich nicht Ich mach dich nicht Ich mach dich nicht Ich schau alles rein, Mama die du Mama, ich schaffst meine Wüttelchen Ich mach mal nicht zu viel rein, weil das bleibt aus Mama Noch ein bisschen Du kennst heute, machst mich doch Noch ein bisschen mehr Nee, komm auf Noch mehr? Noch mehr? Kannst du auch noch was reinpacken? Der ist bescheuert Zu spät So meine Damen Der erste ist jetzt arbeitig Ja Jetzt kocht er einfach so Ah, wird er geprotzelt Mehr Fett wie alles anders Mehr Fett wie alles anders Mehr Fett wie alles anders Mehr was Öfen reinmachen Das muss ich noch ein bisschen so erleben Mehr was die Warmheit Ha ha Stell mal drauf auf Du willst den aufs Leut ein bisschen? Stell mal drauf auf Schön schleudern dann, ne? Der lässt Ja 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 Nicht der Fennig Fennig, bennig Aber ich bin aber schön schwarz Nein Nein Da hört man zuschauen, ich spreche fast noch Schieße, das ist genau Schieße, das ist genau Nein, das ist doch Da hab ich Schau mal wie ein Körfes 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 So meine Benz Der erste wird bald Und wieder Und jetzt schön wenden Komm schön schleudern Ja Blöder 2 Wenn der alleine ist, der wo kommt Ich krieg das nicht rum Ich kann nur aufs Beine hochnehmen Schmücken, wir haben jetzt einmal drehen Warte, jetzt mach ich Und jetzt, nur noch drehen Ich hab immer so ein Hör von Wow Warte, wir haben jetzt noch Zuerst der Pankung Wendt bald wieder Mädel In Germany Wir sind ja Spät dran Spät dran Aha Noch gibt's noch schön Joghurt mit Banane. Runtertippen. Ah, schön. Wunderbar. So musst du es auch machen, Schneebitz. Auf geht's, Junge. So. Ohne. Hast du einen Kopf im Kopf? Ha, ha, ha. Hast du einen Kopf? Nee. Wie hast du den angehaut? Mit hier. Ja, der ist schon gut. Der ist schon gut. Freu mich willkommen. Der Nächsten. Ich habe den Teuchte verschluckt. Ich will jetzt leider noch einen Kabel hier auf dem Teller tun. Ja, das ist der Klinik. Das bleibt hier über den Kuri Brot und das fett. Das fett ist doch hier der Teller. Komm, Junge. Oh, Junge, Jungs noch mal nachzeichnen. So ein bisschen. Oh, das fett ist ja. Mein Zeug. Oh, das fett ist ja gleich, mein Zeug. Oh, wie lecker. Ich darf noch mal angürmen. Wunderbar. Mach mal eine Kiege, jetzt noch mal eine Kiege. Hä? Wenn der alleine ist, der kommt rein. Ah, hi, warum noch? Ja, wo kommt? Komm, komm mal. Ah, ah. Ah, ah, ah. Das ist ein Lack, das. Was kommt denn das hier rein? Stimmig. Wie können Sie mich denn? Du hast gerührt, Freunde. Warum ist er das kaputt? Ja. 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 Oh, halt jetzt. Ich bin erst leckend erst. Ich bin mir was gequagent. Was machst du denn hier? Kleine Pfannkuchen. Extra für mich. Die kleinen Dinger. So wie deine Kleidigkeit aussehen. Ha, ha. Richtig, du kommst aus mit der Kleidung unten, der Pfannkuchen. Ja, das ist auch nicht ganz. Was hast du für eine Koch-Erfahrung? Noch nicht ganz. Zwei wolltest du haben, Martin. Meine Fans, die Enkel wollen jeder zwei Eierkuchen. Der Opa will zwei kleine und der Oma anderthal. Der Weg nicht schön, können wir auch was rein hier in die Pfanne. Guck wieder da hin. Ja, wo soll ich denn gucken? Na, Herr Teller, wo soll ich denn denn hin tun? Auf geht's, Junge. Hopp, hau rein. Oh, der geht kaputt. Der geht. Du hast keine Zerländische Lüge. Das geht nicht zusammen. Ich blech auf. Hopp, rein. Schieb ihn hin. Alles, alle. Dann mach die auf hier. Alles, alle. Ja. Ich koch das. Mensch. Hallo. Meine Damen. Du Schnewi. Das machst du sauber, Schnewi. Den Herz. Ich? Ich hab das nicht gemacht. Hier gehts weiter. Wenn du nicht stehst, kanns nicht weitergehen. Hey, da soll mir doch nichts drauf. Diesen Haldi... Hab ich gedacht. Ja. Ha 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 Wenschen Wow, geil Check, check, check Wow Checky, Meggy Beggy Specky, Beggy Specky, Meggy Jetzt kannst du ja für deine Frau öfters mal Pfanne Kuchen machen Oh, das geht aus Nanos Das geht aus Nanos Das geht aus Nanos Das geht aus Das ist kein soer Schmack Kein soer Schmack Du Scheiße Jetzt musst du gleich ganz zerkloppen schnippeln Sonst brät er nicht gleich durch Ha 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 Ich habe immer Schmack mal jetzt Schmack mal Schaut ein bisschen aus wie ein Omletti Ja ja Ein Omletti Musst du da aufkloppen Ich doch nicht Hallo Sie hat Tappen gebacken Wie ist sie doch? Gebacken? Hallo meine Fans Seht ihr da? Die schöne Kopfschuhe hier Die Kacke brennt Jetzt er häckselt so mit dem Ding Das ist besser, weil dann hast du das mit der Kaiserschmange Ich hab das schön auf die Tellerhaut Mach Schnückel Sein Gesicht Weil ihr Ende muss ja einfach so gut sein Ja, deswegen wir hacken Wenn die Schnippie alleine ist im Tor Das ist das Das ist das Da muss ja gerne mal gedreht werden Der andere muss gedreht werden, dann verbrennt gleich Schnippie Dann kommt schnell Schnell ist doch keiner Der ist aber sehr schön geworden, Schwiebel. Das muss jetzt eine kleine Mitte bringen. Schwiebel, das große Stück da ist gleich vorne liegen. Das muss für uns zu hängeln. Du musst noch ein bisschen Pflanzen kriegen. Du musst so hochheben und anmachen. Hallo meine Fans, das war meine Kopfschuhe. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, links und rechts klicken. Viel Spaß meine Fans. Jetzt ist der Chef. Jetzt ist sie wieder weiter. Schwiebel, das ist die Schwiebel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017